Fantastisch! Und ich habe, ich habe mir was überlegt und zwar, ähm, muss ich gleich mal raussuchen, ich habe mir da einen Screenshot gemacht und das ein bisschen bearbeitet, hatte da jemand, ähm, einen Vorschlag gemacht, warte mal, vielleicht habe ich das ja noch irgendwo hier in Griffnähe gerade und kann mal eben kurz das Fenster minimieren und mal eben gucken, wo ich das habe, ey, das ist doch irgendwie, wo habe ich das doch gespeichert, hier unter Bestrafung, so, hier haben wir es doch, von Ari Neubert und von Ulas Capaci, die beiden waren das, die das geschrieben hatten. Alle schreiben mit ihren Mauern Get The Money und müssen die defensiven Sachen unten und Ressourcenteile nach oben stellen und entweder eine Woche gar nicht zocken oder Minen und Sammler nicht ausleben. Verlierer-Clan müssen alle eine WTF-Base machen. So, jetzt habe ich mir da aber selber was überlegt, ich fand das mit Get The Money, fand ich schon ganz gut, aber das kriegen vielleicht auch einige nicht hin, deswegen habe ich mir überlegt, wir machen da so einen kleinen Kompromiss aus diesen beiden Sachen. Also, wir machen das wie folgt, es geht drei Tage lang, die Bestrafung, die Bestrafung geht drei Tage lang und ich gehe jetzt mal, dafür gehe ich jetzt erstmal in den Dorfbearbeitungsmodus, zack, alles gelöscht. So, und zwar nehmen wir das Rathaus, stellen das Rathaus in die Mitte, nehmen unsere Mauern, wo hatte ich sie denn jetzt, hier sind unsere Mauern, so, oh, ich habe mittlerweile mehr Level 8 als Level 9, als Level 7, das ist schon mal nicht schlecht. So, wir müssen ja mal gucken, dass ich das hier gescheit hinbekomme, nehmen unsere Mauern und setzen die hier drumherum, wo wir das ja gerade bei mir sehen, zack, 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 nein, nicht so weit, nicht so weit, wobei es hätte ich auch so lassen können. Wir setzen jetzt einfach ein paar mal hier drumherum, ich würde mal sagen, wir machen, oh, wie viel machen wir denn, sechs Reihen oder so, würde ich sagen, reicht erstmal, ne, sechs Reihen, es wird ja auch immer größer, so, das war jetzt Reihe Nummer 3. Gucken, dass wir auch alle unsere Reihen hier wegkriegen, ich werde auch jetzt wahrscheinlich nicht alle Gebäude setzen, aber wir werden es mal sehen, ach, das ist so geil, das ist so geil, das ist so geil, so, das war Reihe Nummer 4, jetzt kommt Reihe Nummer 5, werden sich wahrscheinlich einige dann wundern, wenn sie dann jemanden angreifen aus dem Mobile-Firmball-Klein, was da los ist, aber naja gut, ich bin auch mal gespannt, ob Matthias das hinkriegt, ich denke ja wahrscheinlich eher entweder nicht, er ist entweder wieder nicht da, oder er ist sonst wahrscheinlich zu inkompetent, das ist irgendwie zu kriegen wir einen Spaß, aber ich weiß nicht genau, ob man da ist, so, das ist also das Rathaus, ne, so sieht das schon mal ganz gut aus, jetzt würde ich auch sagen, eine richtige WTF-Base ist natürlich, ähm, erst komplett, wenn hier oben alle Verteidigungsanlagen stehen, ne, ist ja klar, so, die Kanonen wieder rumstehen, die Magie, die Bogentürme, oh, ich hab eigentlich einen vergessen, eine Kanone vergessen, so, jetzt setzen wir hier natürlich noch alle jetzt setzen wir hier doch alles hin, aber ich hab noch, da sind noch mehr Bogentürme, Entschuldigung, Entschuldigung, natürlich der Richtigkeit halber, ne, so, der Richtigkeit halber setzen wir die jetzt alle fein dahin, zack, jetzt setzen wir die Magiertürme alle fein hier hin, jetzt, ich hoffe, der passt jetzt noch schön hier in die Ecke rein, ja, wunderbar, so, einen Magiertürme noch dahin, damit er, und das ist ganz wichtig, einen noch hier hin, damit er natürlich auch schön keine Reichweite hat, ne, ist ja klar, ah, hier hab ich eigentlich auch noch einen weitersetzen können, ist egal, so, damit er natürlich schön keine Reichweite hat, und jetzt setzen wir die nächsten, so, eins, zwei, drei, und jetzt kommen unsere Teslas dran, ach, komm her, eins, zwei, drei, das ist so geil, und die Klarenburg setze ich schon mal ganz hier unten hin, damit die auch bloß nicht bis zum Rad rauskommt, natürlich, Leute, das ist ganz wichtig, so, unser schöner, kleiner Barbarenkönig, unsere, äh, Bogenqueen, so, das sieht doch schon mal, das sieht doch schon mal gar nicht mal schlecht aus, oder? Das sieht doch, das hat doch schon mal was, so, die Luftabwehr, ist mir im Grunde egal, die können wir hier neben noch packen, eins, zwei, und jetzt packen wir sie noch hier neben, ach, es ist gut, ist das genial, X-Bögen, weiß ich nicht, ähm, wie viele aus dem Clan, die den schon haben, können wir auch hier unten in die Ecke reinpacken, oder so, Hauptsache, er kommt nicht unbedingt bis zum, bis zum Rad raus, natürlich, so, das sieht doch schon mal gut aus, außer hier, die Bauhütten, die können wir hier hinpacken, die können wir hier schön an die Ecken packen, so als kleines Deko-Element, ich weiß nicht genau, wie viele ihr habt, aber das wird schon passen, so, das sieht doch schon mal wunderbar, das sieht doch schon mal wunderprächtig aus, und so, jetzt kommen wir natürlich zum Herzstück hier, nämlich alle Minen und Sammler, wobei, warte mal, das müssen wir uns noch mal ein bisschen anders überlegen, wir machen jetzt am besten noch hier oben, machen wir noch die Sachen hin, damit wir auch unten in der Ecke schön alle Minen und Sammler haben, das ist ja besser, so, hier oben kommt das hin, die X-Bögen sind da in der Ecke, das ist egal, so, hier kommen jetzt die schönen, hier kommen jetzt die Lager hin, wobei, die Lager können wir ja ruhig ein bisschen, die Lager können wir ruhig in eine Ecke machen, so, dunkles noch dahin, und, was habe ich so, ach, genau, die ganzen, die ganzen Minen und Sammler, die ganzen Minen und Sammler müssen in diese Ecke rein, und ich habe noch, ich habe noch was Geiles, ich habe noch was Geiles überlegt, das werdet ihr jetzt gleich sehen, so, das sind die Minen und Sammler, wir machen die X-Bögen auch hier oben hin, oder, das finde ich, würde ich sagen, na, ich muss wieder ein bisschen reinzoomen, sonst kann ich das nicht verschieben, so, warte mal, können wir ruhig hier oben hin machen, können wir ruhig hier oben hin machen, ich meine, wenn man jetzt angreifen will, kann man trotzdem noch von hier unten angreifen, und kriegt es trotzdem noch kaputt, von daher, sorry, hat aber noch so ein schön leichten, so ein kleines, umgedrehtes U da rumstehen, so, da packen wir die alle hin, und natürlich muss das auch alles seine Ordnung haben hier, damit auch schön alles geleert werden kann, natürlich, so, eins, zwei, drei, und noch der da hin, wunderbar, könnte sogar, reicht genau, es reicht genau, so, es kommen noch hier, kommen jetzt noch schön die ganzen Lager hin, würde ich mal sagen, mit den restlichen Gebäuden könnt ihr dann im Grunde machen, was ihr wollt, da könnt ihr dann flexibel sein, die könnt ihr dann wegen mir noch hier oben hinpacken, wo diese Türme sind, also quasi zwischen denen hier, und denen, oder ich gebe es auch noch vor vielleicht, komm, wir geben es auch noch vor, dann ist es noch einfacher, dann gibt es hinter keine Verwirrung, da kann sich jeder genau an meine Vorlage hier halten, dann ist doch alles wunderbar, so, jetzt habe ich mir noch was überlegt, ähm, natürlich ist es natürlich, äh, ist das natürlich jetzt nicht gut geschützt, muss man sagen, die Lager sind natürlich nicht ganz gut geschützt, deswegen habe ich mir überlegt, für die Leute, die noch was übrig haben an Mauern, wenn ihr übrigens nicht genug Mauern habt, dann ist das kein Problem, dann lasst einfach eine Reihe hier weg, also, nicht, dass dann jemand mit Rados 7 sagt, ich kann das aber so nicht bauen, ne, dann lasst einfach eine Reihe weg, so, damit, natürlich sind die Lager jetzt so ein bisschen schlecht geschützt, deswegen muss hier natürlich noch so, deswegen muss hier natürlich noch so eine kleine Mauer hin, damit die auch richtig geschützt sind, so, ja, sieht doch schon mal ganz gut aus, na hier kommt noch der Bohrer hin, richtig, ich habe jetzt zwei Bohrer, oder wo war denn mein zweiter Bohrer, habe ich den auch schon gesetzt? Ja, da ist auch schon, okay, der ist auch schon gesetzt, oh, das ist doch gut, ähm, jetzt kommen wir natürlich noch zu einem wichtigen, Punkt, und zwar noch zu den, äh, zu den Fallen auch noch, ne, die Fallen können wir alle hier oben hin machen, da können wir sie nicht hin machen, aber hier zum Beispiel, hier in die Ecke noch so, da, wo man sowieso, wo der Gegner sowieso nicht angreift, wirklich sagt, da bauen wir die mal hin, da sieht doch schon mal nicht schlecht aus, so, warte, 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 zwei, hier noch ein bisschen was hin, würde ich mal sagen, ah, das sieht doch, das sieht doch wunderprächtig aus, das sieht doch wunderprächtig aus, das ist doch eine richtig, das ist doch eine richtig schöne Base, wie das doch, Die hat doch mal was, das ist doch mal wirklich eine Bestrafung, Matthias lag ja übrigens, ganze 100 Pokale unter dem Durchschnitt, sogar mehr sogar, von daher, bedankt euch dann bei ihm auf jeden Fall, dass er keine, dass er nicht gespielt hat, sonst hättet ihr vielleicht gewonnen, so, da nehmen wir noch eine Luftbombe, jetzt haben wir hier noch zwei suchende Luftbomben, ich weiß nicht genau, einige werden natürlich nicht so viel haben, aber, ja, sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, so, jetzt haben wir nämlich hier noch Platz, um noch ein paar von den Gebäuden hinzubauen, so, noch eine Kaserne und noch hier ein, da bauen wir noch das, hin und hier bauen wir noch das hin, Hauptsache, Hauptsache, man kommt unbehelligt zum Rathaus hin und muss sich da keine Sorgen machen, so, das ist doch da, das passt doch alles schon mal ganz gut, die Dauerwaltfabrik und noch die dunkle Kaserne, wunderbar, ja, würde ich sagen, noch die Deutschlandfahne noch hier schön hin und dann sieht es doch, sieht doch perfekt aus, jetzt prägt euch das mal gut ein, Leute, so muss das nämlich aussehen, so, ja, so würde ich sagen, ich mache mir da auch ein Screenshot von, damit ich das auf jeden Fall noch im Kopf behalte, wie das aussehen muss, ne, also, für alle, die Rathaus 9 haben, da sieht das dann genau so aus und für alle anderen müsst ihr euch dann mal was überlegen, dass ihr dann, wie gesagt, ihr könnt auch hier eine Reihe weglassen, natürlich, das ist natürlich dann, ja, das ist legitim, aber ansonsten, würde ich mal sagen, so, jetzt muss ich mal eben kurz sagen, Bestrafung steht, kommt dann, wie gesagt, das ist jetzt, müsste jetzt die 14 Uhr Folge sein, ne, ich muss mal ganz kurz gucken, ja, müsste die 14 Uhr Folge sein, so, jetzt würde ich sagen, wir suchen nochmal ganz kurz eben einen Gegner, wir wollen natürlich nochmal eben angreifen, ist doch noch nicht so lange, was wir jetzt hier aufgenommen haben und deswegen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mal eben kurz, einen Gegner gefunden habe, wenn ich meinen Kaffee getrunken habe und dann, ja, ihr seht es übrigens, ich bin auch Meister mittlerweile, aber ich will natürlich wieder runter und deswegen, wir suchen jetzt mal gleich einen Gegner und greifen da mal an, also bis gleich, Leute. So, ich habe jetzt so ultra lange gesucht, hier werde ich jetzt auf jeden Fall mal ein paar Pokale los, glaube ich mal, denn ich muss unbedingt mal meine Truppen neu ordnen, also ich habe so viele, ich habe einfach so viele noch von den, von den Ballonfahrern hier unterwegs, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, ich muss die einfach loswerden, ich kann damit echt nichts machen gerade, ich muss die jetzt einfach setzen, es tut mir leid, aber irgendwie, die bringen mir gerade gar nichts, so den Zauber hier brauche ich auch nicht, das bringt mir auch nichts, von daher, weiß ich jetzt nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich damit machen soll, und auch hier die ganzen Riesen, ich will eigentlich nur das Dunkle haben, das ist auch wieder das Problem, dass ich das wahrscheinlich auch nicht mal kriege, weil ich da ja gar nicht, ja, ich habe kaum Truppen mit, die überhaupt farmen können, das ist das Problem. So, die Helden können sich jetzt ein bisschen, so ein bisschen schon mal um was kümmern, nur der hat natürlich auch noch Magier da drin, ja, mach halt, mach die Magier eben kaputt, so, ich will ein bisschen Dunkles haben, ihr habt doch schon gesehen, ich habe ein paar Pokale verloren, und habe schon, ein bisschen geblitzt, quasi, geblitzt, habe ich, wie man das so schön sagt, so, jetzt kümmere dich mal bitte um den X-Bogen, schnell, na, komm, Königin, komm, stell dich mal nicht so an, stell dich mal nicht so an, Königin, muss ich dich noch ein bisschen pushen, so, ja, ich würde ganz gerne noch die 30.000 voll machen, wenn ich runtergehe, wieder in die normalen Pokalregionen, hat er denn hier auch noch was drin, hat er denn hier auch noch was drin, komm, sag mir, du hast da auch noch ein bisschen was drin, ein bisschen noch Elixier für uns, Gold ist mir jetzt eigentlich scheißegal, kriege ich denn echt noch, kriege ich denn echt noch ein paar Prozent hier, ja gut, der König wird jetzt gleich weg sein, der wird wahrscheinlich den Kampf nicht überleben, gegen die, ja, gegen die Königin, aber ist egal, 30, oh, wir kriegen noch ein paar Pokale abgezogen, das ist ja gar nicht schlecht, das ist doch gar nicht schlecht, es tut mir wirklich leid, aber in diesen Pokalregionen aufzunehmen, das ist einfach, das ist einfach nicht möglich, wirklich nicht, also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das gescheit hinkriegen soll, hier aufzunehmen, weil das einfach, ich kann kaum Leute angreifen, ich kann nur ein bisschen, ich kann nur wenig machen, ich kann eigentlich nur blitzen, deswegen habe ich meine, Zauberstofffabrik auch ein bisschen gepusht, deswegen Leute, jetzt habe ich zwar noch die Truppen in der Klamuck, die möchte ich mir jetzt aber gerne mal aufsparen, ja, immerhin 1200 Dunkles, das ist doch okay, und ich bin jetzt auch endlich mal die scheiß Ballons losgeworden, die ich jetzt wirklich fürs Farmen, ich tut mir leid, ich kann sie nicht mehr gebrauchen, ich kann sie einfach nicht mehr gebrauchen, so, ich mache noch einen Zauber dahin, gucken wir uns vielleicht noch eine Wiederholung an, so, vielleicht haben wir hier noch jemanden, für dich, das ist der Berserker aus Mr. Mobile Fanboy, mit 18 Hexen, ja, lieber Berserker, das ist doch mal, was hast du denn gemacht? Der Berserker hat angegriffen, wird wahrscheinlich jetzt sogar schon die neue Folge sein, die ihr jetzt gerade seht, weil ich wahrscheinlich eben einen Cut gemacht habe, also wir sehen es jetzt, der Berserker aus dem Mobile Fanboy Clan greift an, aber nee, ist noch nicht die neue Folge, das ist noch nicht die neue Folge, das gehört alles noch zur Bestrafung, das gehört alles noch zur Bestrafung, Leute, aber es ist doch mal eine Folge, die sich mal lohnt, was hat er denn gemacht? Mit 18 Hexen, wobei man doch sagen muss, die Base ist ja gar nicht mal so schlecht eigentlich von Karl, auch wenn er jetzt relativ neu noch ist, bei Rathaus 9, hat schon mehr Mauern auf jeden Fall gemacht, als ich, aber ich bin jetzt auch durch die Challenge extrem zurückgeworfen worden, weil ich jetzt einfach gar nichts mehr an Ressourcen habe, und jetzt auch da oben wieder noch rumspackele, und gucken muss, wie ich da zurechtkomme. Na, die Hexen sind auch nicht so ganz so effektiv in diesem Fall, muss ich mal sagen, jetzt ist der König noch gepusht, zieht da seine Barbaren hinterher, bin ich mal gespannt. Ja, er hat es auch wahrscheinlich eh nur angegriffen, weil es halt einer aus unserem Clan ist, aber auch gut, 41% hat er am Ende geholt, und das war dann wohl ein Sieg für Karl for Fun. Das spule ich mal ein bisschen vor, jetzt hat er noch seine Königin auf 5, die auch noch einiges aushält, aber die gleich auch den Geist aufgibt. Genau, da war es auch schon passiert. Deswegen würde ich sagen, wir sind mal am Ende der Folge, Dankeschön fürs Zuschauen, und ich melde mich um 17 Uhr wieder, wenn ich dann mal noch, oh, ich muss meine Base auch erstmal noch umbauen. Ich muss meine Base auch erstmal noch wieder in das alte Design zurückbauen, und ja, dann sehen wir uns wieder, dann werde ich noch ein paar Worte sagen, wie man unserem Clan jetzt beitreten kann. Denn ihr seht es hier, wir haben 13 Plätze frei, die ich gerne füllen würde mit neuen Membern, und ja, das ist schon wieder ein neuer Member. Wollt ihr mich alle verarschen? Wer nimmt denn die ganzen Member auf? Was soll die Kacke denn? Wer nimmt denn bitte alle neun Leute hier auf? Verdammt. So, das muss mal raus. Ich hab doch gesagt, der Clan bleibt zu, und dann nehmen wir die Leute, nehmen wir dann der Leute an hier. Dann haben wir noch einen, Nils war schon dabei, ansonsten, ja gut, Sandro wusste ich Bescheid, aber dann Palm und hier X Sky for lights. Ja, genau. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen bei dieser kleinen Folge, und ich wurde wieder unterbrochen, das ist echt, das ist so fucking zum Kotzen, dass die Leute nicht mal anklopfen können, aber okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, wir sehen uns um 17 Uhr wieder, wenn ich noch ein paar Sachen sage, wer dann in den Clan kann, und so weiter und so fort. Bis dahin, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben, und bis zum nächsten Mal, Tschüssi.